Ich liebe es zu reisen, einzutauchen, Neues zu entdecken, sich mit Menschen auszutauschen, von diesen zu lernen und Erfahrungen zu sammeln. Meine Karriere bei der C&B begann vor rund zehn Jahren. Ich war der allererste Lehrling im Unternehmen. Noch heute denke ich gerne an diese Zeit zurück. Die C&B ist in den letzten Jahren unglaublich gewachsen und hat eine enorme Entwicklung hinter sich. Zu meiner persönlichen hat sie maßgeblich beigetragen. In meinem Job in der Vermietung gleicht kein Tag dem anderen. Ich genieße den Kontakt mit den vielen unterschiedlichen Menschen. Mein Name ist Dominik Leber. Bei der C&B schätze ich die Vielfalt an meinem Beruf. Baron Rosenkamp